Die Sonne machte uns alle träge und wir hatten schnell die Angewohnheit der Einheimischen übernommen, in der größten Hitze zu dösen. Unter uns in der Kabine schliefen Leandra, Varos und Zucora. Die Kabine war kein dunkles Loch. Sie besaß fast mehr Fenster als Wände, und jedes einzelne von ihnen war offen, damit die Hitze sich nicht staute. Dennoch zog ich es vor, an Deck zu verweilen. Ich war müde wie ein alter Hund. In der letzten Nacht hatte ich nicht geschlafen, jetzt konnte ich es nicht. Wenn ich die Augen schloss, sah ich Natalia vor mir. Irgendwann, das wusste ich, würde ich müde genug sein, dass mich selbst dieses Bild nicht mehr wachhalten konnte. Jetzt war es noch nicht so weit. Serafine hatte die dunklen Kleider einer Leibwächterin gegen ein helles Kleid und eine Robe aus Leinen ausgetauscht. Im Moment trug sie ihre Haare offen, und ihr Schleier war ausgehängt. Sie, oder besser Helis, war nicht in jenem Tempel gewesen, der Leandra und Zucora ihre Haarpracht gekostet hatte. Dort, zu Beginn unseres Abenteuers, waren die beiden in einem magischen Kampf einem Maestro und Nekromanten unterlegen, der sie in einem magischen Feuer verbrannte. Durch die Macht des Wolfsgottes war es möglich gewesen, ihre Verletzungen zu heilen, aber die Haare wuchsen nur langsam nach. Sieglinde hatte sich die Haare ebenfalls kurz scheren lassen, um ein Zeichen zu setzen. Vielleicht aus Rache hatte Zucora auch Natalia den Kopf geschoren. In Gazalabad hatten die Frauen deshalb Perücken getragen, da kurze Haare dort für eine Frau als Schande galten. Serafines Haarpracht hier im leichten Wind Wehen zu sehen, war eine Freude für meine Augen. Sie wies mit ihrem Blick hin zu unserem Passagier, der seltsamen Frau, die noch immer auf dem Deck nahe der Kabine saß. »Sie hat sich nicht bewegt«, verkündete sie und schüttelte verwundert den Kopf. »Keine Position ist auf Dauer bequem. Ich frage mich, was einen Menschen dazu bewegt, so lange stillzusitzen, bis es schmerzt.« »Befragt Zucora dazu«, antwortete ich. »Sie kann es darin mit einem Stein aufnehmen.« Ich schaute zu unserem Gast. »Ich nehme an, sie befindet sich in einer Art Trance. Sie meditiert vielleicht.« Ich zuckte mit ins Schultern. »Jedenfalls ist sie nicht besonders gesellig.« »Ich kann nicht so ruhig sein«, erklärte sie mir. »Ich bin immer in Bewegung und kann nicht lange irgendwo sitzen bleiben. Als kleines Mädchen trieb ich meinen Vater damit zur Verzweiflung. Nie war ich dort, wo ich hätte sein sollen.« »Und später?« fragte ich und stützte mich neben sie auf die Reling. Später lernte ich, Haltung und Würde zu zeigen. Schließlich war ich die Torte des Gouverneurs. Sie lachte leise und zeigte weiße Zähne. Ich war dankbar für die langen Röcke, die damals in Mode waren. Unter den Säumen sah es niemand, wenn ich mit den Füßen wippte. Am Ufer ritt eine Gruppe von Bewaffneten. Sie trieben ihre Pferde an. Ihre Umhänge flatterten im Wind. Die Sonne glänzte auf Rüstungen und Waffen, und doch waren sie nicht viel schneller als die Lanze des Ruhms, auf der wir so gemütlich standen. Mit dem Wind im Rücken und der Strömung unter dem Kiel machten wir überraschend viel Fahrt. Was die Reiter anging, so waren sie fast außer Pfeilschussweite und stellten keine Gefahr dar. Vier, vielleicht fünf Tage bis nach Janas, wo dann Achtsamkeit geboten war. Dann noch zwei Wochen die Küste hoch nach Asgir. Ich konnte es kaum erwarten. Seid ihr schon in Asgir gewesen? fragte ich Serafine. Sie nickte. Zweimal. Einmal als Kind, als ich meinen Vater begleitet habe. Einmal kurz vor meiner Hochzeit mit Jerbil. Viel habe ich nicht von der Stadt gesehen. Meist habe ich die Decke unseres Zimmers betrachtet, während ich auf dem Rücken lag und Jerbil auf mir. Sie bemerkte meinen Blick und lachte. Ich bin eine verheiratete Frau, Harwald, meinte sie. Es liegt keine Schande darin, mich dieser Freuden zu erinnern. Aber ich habe auch etwas von der Stadt gesehen. Was wollt ihr wissen? Erzählt mir einfach, was für einen Eindruck ihr gewonnen habt. Ist sie wirklich so groß? Sie ist noch größer, Harwald, antwortete sie, ihr Blick in die Ferne gerichtet. Es ist irreführend, Asgir eine Stadt zu nennen. Vielleicht liegt es daran, dass man es nicht versteht, bevor man sie sieht. Nehmt ein Pferd und reitet mit ihm für sechs Stunden im vollen Galopp. Jetzt stellt euch einen Kreis vor mit diesem Durchmesser. Stellt euch weitere vier Kreise vor, die nicht in der Mitte liegen, sondern in ihrem Mittelpunkt westlich versetzt sind, um etwa ein Viertel der Strecke, die ihr geritten seid. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich hatte von der kreisförmigen Anlage der Stadt gehört, bislang aber gedacht, die Kreise hätten einen gemeinsamen Mittelpunkt. Dennoch erschien mir die geschilderte Größe und Ausdehnung der Stadt kaum glaubhaft. Jetzt zieht westlich einen weiteren Kreis, der sowohl den äußeren als auch den innersten Kreis berührt. Das ist der Hafen. Es ist der größte bekannte Hafen der Weltenscheibe. Nehmt nun ein Lineal und zieht fünf Linien durch die Kreise, sodass sie sich alle im Zentrum des innersten Kreises treffen. Jeder Kreis, jede Linie ist eine wehrhafte Mauer, unterbrochen von Türmen und Kastellen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, befindet sich die Zitadelle, eine mächtige Festung, die einst der Sitz Askanons war. Auch der äußere Kreis ist mit einer Wehrmauer versehen? fragte ich ungläubig. Ja, auch der. Keine Stadt hat genug Wachen, um eine solche Wehranlage zu besetzen, widersprach ich. Das kann nicht sein. Ihr habt recht, sagte sie überraschenderweise. Diese Mauern sind nicht besetzt. Es ist auch nicht notwendig. Sie sind über 30 Mannslängen hoch und meist gut 15 bis 20 Schritt breit. Kein Katapult wird sie erschüttern. Kein Belagerungsturm wird die Mauerkrone erreichen können. Es reicht, die Tore zu schließen. Kelas Mauern hatten als mächtig gegolten, und ich wusste nur zu gut, wie schwer es war, eine solche Mauer zu errichten. Über diese Länge und mit diesen Maßen schien es mir nicht möglich. An einer solchen Befestigung müsste man tausend Jahre bauen, und sie wäre wohl noch immer nicht fertiggestellt. Nun gut. Vielleicht hatte sich Seraphine in Höhe und Breite geirrt. Ich dachte, die Stadt wäre belagert worden. Von den Prinzen. Sie lachte leise. Ihr vergesst, das war nach meiner Zeit. Ich kann es mir nicht vorstellen. Außerdem, ihr habt in eurer Heimatstaat eine Belagerung erlebt, nicht wahr? Was waren die größten Nöte der Verteidiger? Nahrung, antwortete ich ohne Umschweife. Es war lange her, aber ich konnte mich gut daran erinnern. Wenn man einen halb verhungerten Straßenköter erblickte, brauchte man nur zu blinzeln, und schon stellte man ihn sich gebraten am Spieß vor. Garniert mit Ratten. Geröstet oder paniert schmeckten sie auch nicht so übel. Nicht, wenn man hungrig genug war. Zum Schluss gab es kaum mehr Hunde in der Stadt. Selbst die Ratten hatten gelernt, vorsichtig zu sein. Das wird in Asgir nicht geschehen. Zum einen wird es kaum möglich sein, den Seehafen zu blockieren. Zu meiner Zeit gab es keine Flotte, die das gewagt hätte. Und nach dem, was ich hörte, wurde die Flotte über die Jahrhunderte nicht reduziert, sondern eher noch erweitert. Zum anderen umschließt diese äußere Mauer fruchtbares Land mit Feldern und Wäldern und Gehöften. Die eigentliche Stadt liegt nur in den drei inneren Kreisen. Der weitaus größere Teil ist sorgsam kultiviertes Land. Überall gibt es tiefe Brunnen, und der Fluss Asg ist kaum weniger mächtig als der Gaza. Es wäre sinnlos, ihn zu vergiften oder umzuleiten. Es ist nicht nur eine Stadt, Harwald, sondern ein kleines Land. Wenn Asgir seine Tore schließt, wird man auf wenig verzichten müssen. Es gibt kaum etwas, das die kaiserlichen Manufakturen nicht herstellen, und die notwendigsten Güter werden in großen Hallen gelagert. Wenn eine Armee Asgir belagern würde, wäre es diese Armee, die verhungert. Sie strich sich über die Arme, als ob sie froh. Vergesst nicht, dass Asgir nicht wehrlos ist. In den meisten Reichen ist Magie verpönt und wird mit der Nekromantie gleichgestellt. In Asgir ist das nicht so. Dort scheint es fast, als wäre jeder Stein vollgesogen mit der Magie der Jahrhunderte. Und doch sind es Jahrhunderte, die seitdem vergangen sind, sagte ich widerwillen beeindruckt. Ich frage mich, was von der einstigen Macht und Herrlichkeit heute noch erhalten ist. Wir werden es herausfinden, sagte sie und schaute nachdenklich drein. Wisst ihr, es kommt mir seltsam vor, was ich von Asgir gehört habe, seitdem ich wieder lebe. Der ewige Herrscher regierte das Reich und Asgir über Jahrhunderte hinweg. Wenn er älter wurde, dann nur sehr langsam. Er war immer noch jung, als ich ihn das letzte Mal sah. Er plante für die Jahrhunderte, Harwald. Aber nicht immer waren seine Pläne durchführbar. Ich dachte an die Kanalisation, die er für Gazalabad geplant hatte. Zu spät fand man heraus, dass der gewachsene Stein, auf dem die Stadt errichtet wurde, nicht die Ausdehnung hatte wie angenommen. Zu viel Sand und zu viele Unfälle, weil der Sand die Arbeiter unter sich begrub. Vielleicht, sagte sie, aber wenn ihr ihm je begegnet wärt, würdet ihr auch daran zweifeln, dass er abdanken musste? Wir waren zusammen bei der Garnison. Ihr habt selbst gesehen, wie das Imperium baute. Ein paar neue Dächer und Tore, einmal durchfegen. Ich habe das Gefühl, als ob das Reich auf etwas wartet. Als ob er, Askanon, auf etwas wartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht mehr ist. Wisst ihr, warum er so alt wurde? Fragte ich. Eine seltsame Frage, wenn man bedachte, dass ich nur noch deshalb lebte, weil ich ein Schwert trug, das er geschmiedet hatte. Nekromanten leben so lange, weil sie ihren Opfern das Leben entziehen, wie Seelenreißer es wohl tut. Nur, dass sie, je älter sie werden, immer mehr Opfer brauchen, um nicht zu vergehen. Ich nickte, denn ich hatte selbst gesehen, wie der Nekromant Ordun vor meinen Augen alterte und zu Staub zerfiel. Jetzt erst fiel mir auf, dass er bislang der Einzige gewesen war. Selbst der Herr der Puppen war nicht gealtert, als er starb. Bedeutete das, dass wir es meist mit jungen Nekromanten zu tun hatten? Der Herr der Puppen hatte Ordun einen Titanen genannt und war von dessen Macht beeindruckt gewesen. Es ergab Sinn, dass diese Verfluchten mit den Jahren auch an Macht gewannen. Auch Kolaron war alt. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als ich bedachte, was das bedeutete. Wie viele Seelen er den Göttern gestohlen haben musste, um nach all den Jahrhunderten noch zu leben. Was hat das mit Askanon zu tun? fragte ich. War er auch? Ich wagte kaum, es auszusprechen. Doch Seraphine schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre Haare flogen. Nein, er war ein Maestro. Er fand heraus, wie man das Leben der Magie selbst entziehen konnte. Er erklärte mir einmal, dass das, was sich an Magie in einem Sandkorn befindet, reichen würde, um tausend Jahre zu überdauern. Er lehrte dieses Geheimnis andere und vermochte es sogar, in Gegenstände zu bannen. Es war ein weiterer Grundpfeiler seiner Macht. Er war dazu imstande, Loyalität mit einem langen Leben zu belohnen. Langem Leben, nicht Unsterblichkeit. Auch er sagte von sich, dass er nicht unsterblich wäre, sondern nur mit einem langen Leben verflucht. Sagte er wahrhaftig verflucht? fragte ich neugierig. Sie nickte. Es war in einem Gespräch mit meinem Vater. Ich habe Teile davon mitgehört. Es ist auch kein Wunder, fuhr sie fort. Selbst die Elfen haben Probleme damit, lange zu leben. Irgendwann geben sie einfach auf. Irgendwann ist es genug, bestätigte ich. Wann es genug oder zu viel ist, kommt nicht auf die Jahre an, antwortete sie leise, sondern darauf, ob man seinem Leben einen Sinn hat geben können. Ihre Worte blieben, als sie nach unten ging, um sich ebenfalls zur Ruhe zu betten. Was war der Sinn des Lebens? Ich lachte leise, und der Rudergänger warf mir einen skeptischen Blick zu. Weisere Menschen als ich hatten sich schon über diese Frage den Kopf zerbrochen. Wenn mein Leben einen Sinn besaß, würde ich es wohl erst erfahren, wenn es zu Ende war. Ich gähnte und streckte mich. Vielleicht war ich jetzt müde genug und konnte mich auch schlafenlegen. Kaum hatte ich das gedacht, rief der Matrose auf dem Mast etwas nach unten und deutete auf das Ufer. Dort stand ein Mann und winkte. Ich blinzelte ungläubig, denn es kam mir vor, als ob ich ihn kennen würde. Er hatte große Ähnlichkeit mit Angus Wolfsbruder, dem Nordmann, der mir erst kürzlich geholfen hatte. Deral sah fragend hoch zu mir. Ich warf einen Blick auf unseren weiblichen Gast, von dem ich immer noch nicht wusste, warum sie an Bord war, und zuckte mit den Schultern. Es konnte nicht schaden, zu hören, was der Mann am Ufer wollte. Vielleicht brachte er Nachricht aus Gazalabad. Sein Pferd sah jedenfalls aus, als wäre es hart angetrieben worden. Wolfsbruder Es war Angus Wolfsbruder, größer als ich und so bullig wie Janos. Tätowierungen bedeckten seine mit Lederbändern verzierten Arme und den glattrasierten Schädel, und er hatte den wölfischen Blick seines Totems zur Vollendung gebracht. Er verzichtete auf eine Rüstung und sah nicht ein, sich den hiesigen Gepflogenheiten anzupassen. Also stand er dort, mit breitem nacktem Oberkörper, in verstärkten Lederhosen und Stiefeln, seine Hände auf eine mächtige Axt gestützt. Goldene Ringe verzierten seinen linken Nasenflügel und die Ohren, einer für jeden Feind, den er erschlagen hatte. Sein Bart war sorgsam in drei Zöpfe geflochten und gefettet, in jeden Zopf war der Reißzahn eines Wolfes eingeflochten. Alles in allem war er ein mehr als ungewohnter Anblick in dieser Umgebung. In irgendeinem Winkel meines Verstands wunderte ich mich, dass er sich noch keinen Sonnenbrand zugezogen hatte. Er vermittelte den Eindruck einer gereizten, klappernden Schlange. Kein Wunder, dass die wenigen anderen Reisenden, die am Fluss entlang ritten, einen großen Bogen um ihn machten. Wahrscheinlich vermuteten sie, dass er ihnen den Kopf abreißen würde, wenn sie ihm einen guten Tag wünschten. Außer seiner Axt und einer breiten Schlinge, in der ein kleines Fass und eine lederne Röhre hingen, hatte er kein weiteres Gepäck dabei. Bedachte man seine Größe und sein Gewicht, verwunderte es wenig, dass sein Pferd so aussah, als würde es am liebsten auf der Stelle tot zusammenbrechen. Meine eigenen Pferde hatten auch an mir zu tragen gehabt und erschöpften sich schneller, als es mir lieb sein konnte. Was wollte er hier? Er betrieb in Gazalabad eine Wirtschaft, die stinkende Wildsau, die ausschließlich von Nordmännern besucht wurde. Ein raues Volk, das eine eigene Vorstellung davon besaß, wie Diplomatie auszusehen hatte. In den Augen der feinen Leute von Gazalabad waren die Nordmänner kaum mehr als Barbaren, ein Eindruck, der sowohl täuschte als auch zu teilen richtig war. Ich hatte einen Freund, Ragnar, der mir von seiner Heimat berichtet hatte. Ein raues Land mit eisigen Stürmen und bitteren Wintern, karg und hart. Sie mochten wie Barbaren wirken, doch ihre Kultur war nicht weniger komplex als unsere, nur ungewohnt. In Schiffsbau und Schmiedekunst waren sie nur schwer zu übertreffen, und als Kämpfer besaßen sie einen furchterregenden Ruf. So viel ich wusste, waren die Nordlande nie von Askanon erobert worden. Der ewige Herrscher, so hatte es mir Ragnar erzählt, hatte das Land in einem Zweikampf mit dem König der Nordmänner gewonnen. Im Ringen, wenn ich mich richtig erinnerte. Nach Seraphines Beschreibung war Askanon eher schlank als bullig gewesen. Nicht klein, aber auch kein Riese, wie es die Nordmänner waren. Wenn ich mir Angus so ansah, würde ich es mir dreimal überlegen, mit ihm ringen zu wollen. Als die Lanze sacht am Ufer auflief, trat ich an die Reling und wollte ihn begrüßen. Doch Angus wartete nicht so lange. Er wartete ins Wasser, tat zwei große Schritte, nutzte einen Baumstamm, der im Wasser trieb als Stufe, und zog sich scheinbar mühelos an der Bordwand hoch, um mir im nächsten Moment den halben Fluss vor die Füße zu tropfen. »Hier!«, rief er mit seiner dröhnenden Stimme. »Ich habe dir Bier mitgebracht, damit wir auf deine Frau trinken können. Vielleicht hat sie Glück und wird im nächsten Leben eine von uns.« Er hielt mir das Fass entgegen. »Dunkles Kronskrager. Ein ganzes Fass davon.« Er lachte laut, zeigte kräftige Zähne und klatschte sich dann so hart auf den lederbewehrten Oberschenkel, dass es weit über den Gazar schallte und die Besatzung zusammenzuckte. »Kein Freund sollte fallen, ohne dass man sich danach anständig besäuft.« »Danke«, antwortete ich artig, während sich hinter mir in der Kabine die anderen regten. Kein Wunder. Angus' Stimme hatte in weitem Umkreis die Vögel aufsteigen lassen und war gewiss laut genug, die Toten aus ihrem Schlaf zu wecken. Er sah mich erwartungsvoll an. »Ähm, Angus, seid ihr den weiten Weg gekommen, um mir Bier zu bringen?« »Um auf die Handmark der Götter anzustoßen. Ich war im Tempel. Ich sah sie dort liegen und habe sie sofort erkannt.« Er fasste mich bei den Schultern und zog mich und das Fass an sich heran, um mich so fest zu umarmen, dass ich fürchtete, entweder meine Knochen oder das Holz des Fasses könnten brechen. Wann hatte er denn Natalia kennengelernt? Ich löste mich aus seiner Umarmung und sah ihn skeptisch an. »Und deshalb reitet ihr hierher?« »Ist das nicht Grund genug?«, lachte er und bläckte die Zähne zu einem wölfischen Grinsen, das zwei von Deralds Männern zurückweichen ließ. »Natürlich, weil ich hörte, dass ihr nach Askir fahrt.« »Natürlich«, sagte ich. »Hier«, rief er laut genug, dass mir die Ohren klingelten. »Ich bin nicht arm.« »Ich kann meine Passage bezahlen.« Er zog einen Beutel aus seinem Gürtel und warf ihn mir zu. Er war schwer, und ohne ihn zu öffnen, wusste ich, dass er gutes Gold und Silber enthielt. »Ich habe schon einmal nach einer Passage gefragt.«, dröhnte er. »Aber die da!« Er deutete mit dem ausgestreckten Finger auf jemanden hinter mir. Ich sah zurück und erkannte, dass es Leandra war, die ihn von der Kabine aus zugleich verschlafen und überrascht anstarrte. sagte, dass ihr keine Passagiere aufnehmt. Doch dann sah ich, dass du deine Meinung geändert hast und kam so schnell ich konnte. Aber da wart ihr schon weg. Angus, begann ich. »Ich will nach wie vor keine Passagiere an Bord.« »Ja, weil es zu gefährlich ist«, lachte er und schlug mir so hart auf die Schulter, dass es mich beinahe mitsamt dem Fass über Bord warf. »Ich habe es gehört.« »Das hat sie auch gesagt.« »Aber ich bin kein Passagier.« »Ich bin dein neuer Steuermann.« »Ich«, er brach ab. Seine Augen weiteten sich. Sein Mund klaffte auf und ich konnte feststellen, dass sich weder sein Atem noch der Zustand seiner Zähne gebessert hatte. Er hob eine zitternde Hand und deutete auf etwas hinter mir, um dann mit einem letzten Seufzer wie ein gefällter Baum auf das Deck der Lanze aufzuschlagen. Das ganze Schiff bebte unter dem Aufprall. Ich drehte mich um. Dort stand Serafine neben Leandra, die Hand halb erhoben, um ein Gähnen zu verdecken. Sie sah genauso verblüfft aus wie der Rest von uns. Deral fing sich als erster. Er warf einen missbilligenden Blick auf den Nordmann und trat an mich heran. »Esseri?«, teilte er mir ernst mit. »Ich besitze einen Steuermann. Einen guten. Einen, der nicht...«, er rümpfte die Nase. »Stinkt.« »Wieso stinkt er so?« »Ich vermute, dass er sich mit Fett eingerieben hat,«, teilte ich ihm mit. Er kratzte sich am Kopf. »Warum?« »Es hilft gegen die Kälte.« »Welche Kälte?«, fragte er verwundert. »Das fragt besser ihn, wenn er aufwacht.« Ich beugte mich zu Angus herab. »Soweit ich das erkennen konnte, war er nur ohnmächtig geworden.« »Es schien ihm sonst nichts zu fehlen.« »Was nun?«, fragte Leandra irritiert. »Was machen wir mit ihm?« Ich schaute hinüber zum Flussufer. »Wir bringen ihn an Land und...« Das Pferd des Nordmanns sah mich mit großen, weiten Augen an und brach dann langsam in sich zusammen. Gebannt sahen wir zu, wie es das Ufer hinabrutschte. Als es die braunen Wasser des Gazars spürte, schien es sich wieder aufraffen zu wollen. Aber es war zu spät. Im schlammigen Wasser verwandelte sich der Baumstamm, der Angus als Stufe gedient hatte, in eine zahnbewährte Schnauze, fast so groß wie ich es war, und schoss mit einem Schwall Wasser auf das arme Tier zu. Es kam nicht einmal dazu, zu wirern, bevor der Flussdrache es mit einem mächtigen Ruck in die Fluten zog. Kurz schäumte das Wasser blutig auf. Einen Lidschlag lang sah man einen Huf aus dem Wasser ragen, dann war das Pferd verschwunden, als hätte es das arme Vieh nie gegeben. Wir starrten dorthin, wo das Wasser sich noch einmal leicht kräuselte und einige letzte Blasen aufstiegen. Ich schluckte. Erinnert mich daran, hier niemals schwimmen zu gehen, meinte Varosch mit belegter Stimme und sah dann zweifelnd auf seine Armbrust herab. Der Baumstamm war bestimmt vierzehn Schritt lang gewesen, nicht viel kleiner als so manches Boot. Angesichts des mächtigen Panzers konnte man in der Tat an der Wirksamkeit einer Armbrust zweifeln. Versprochen, antwortete ich ihm und seufzte. Angus hat wohl vor, uns zu begleiten. Also zieht ihn irgendwo hin, wo er nichts stört, und spannt eine Plane auf, damit er nicht von der Sonne geröstet wird. Ich sah auf den Nordmann herab, dann auf das Fass, das ich noch immer in den Händen hielt. Aber Esseri, sagte Deral und rang mit den Händen. Es gibt auf diesem Schiff keinen Platz, an dem ein Passagier nichts stört. Ich zog eine Augenbraue hoch. Zusätzliche Passagiere Esseri, nichts anderes wollte ich sagen, fügte er eilig hinzu. Ich warf einen Blick hinüber zu unserer Kabine, doch Leandra schüttelte nur den Kopf, noch immer rümpfte sie die Nase. Ich musste zugeben, dass der Geruch von ranzigem Fett auch meine Sinne nicht erfreute. In den Bug, entschied sie und sah mich trotzig an, als würde sie mit Widerspruch rechnen. Ein kluger Mann wählte seine Schlachten mit großer Sorgfalt, und auf diese hier konnte ich leicht verzichten. Ich nickte also zustimmend. Findet eine Stelle am Bug für ihn, teilte Leandra Deral mit. Dieser verbeugte sich und gab zwei in seiner Leute ein Zeichen. Sie traten an Angus heran, griffen seine Arme und zogen. Angus rührte sich nicht von der Stelle. Deral verdrehte die Augen und winkte zwei weitere Besatzungsmitglieder heran. Leandra warf einen letzten Blick auf den Nordmann, sah mich dann vorwurfsvoll an, rümpfte erneut die Nase und verschwand in der Kabine. Hier, sagte ich und reichte das Fass weiter an Varosch. Was soll ich damit? Irgendwo unterbringen, wo es nicht allzu warm wird. Selbst das beste Bier schmeckt nicht warm. Was ist mit ihm? fragte Seraphine, während Angus aufs Vorderdeck gewuchtet wurde. Ich weiß es nicht. Er ist plötzlich umgefallen. Ich beschattete meine Augen und sah hoch zum strahlend blauen Himmel. Vielleicht war ihm die Sonne zu viel. Mit langen Rudern wurde die Lanze vom Ufer weggeschoben, das Segel wurde entfaltet und wir nahmen wieder Fahrt auf. Sagt Seraphine, Wie groß werden diese Flussdrachen? Niemand weiß das. Ich habe mal einen gesehen, der gut zwanzig Schritt lang war. Sie zuckte mit den Schultern. Ich glaube, sie wachsen so lange, wie sie genug zu fressen finden. Wenn nicht, sterben sie. Ich kann nicht glauben, dass ich das Biest nicht gesehen habe. Sie warf mir einen schelmischen Blick zu. Es hat euch gesehen. Da könnt ihr sicher sein. Kaum hatten Deralts Männer Angus mit Mühe zum Vorschiff geschleppt, als er auch schon wieder sein Bewusstsein erlangte. Einer von Deralts Männern flog zurück und landete unsanft auf seinem Hintern. Die drei anderen ließen hastig los und wichen vor dem Nordmann zurück. Eine kluge Wahl, wie ich fand. Ich hätte ihm auch nicht im Weg stehen wollen. Ein weiter Satz vom Vordeck herab, ein paar lange Schritte und er stand wieder vor mir. Allerdings ignorierte er mich und wies mit seiner Axt anklagend auf Serafine. Du! röhrte er. Wie kommst du hierher? Serafine blinzelte einmal. Ich bin einfach an Bord gegangen, antwortete sie. Das meine ich nicht, rief Angus empört. Wenn ich schon Bier für deine Totenfeier bringe, warum liegst du nicht im Tempel, wo du hingehörst? Ah, Angus, unterbrach ich ihn vorsichtig. Das ist Helis vom Haus des Adlers. Sie war es, die mich in eure Wirtschaft begleitet hat. Es ist Natalia, eine andere Gefährtin, die nun in Soltars Tempel ruht. Du hast gleich zwei Leibwächterinnen? fragte er und kratzte sich am Hinterkopf. Er wirkte etwas verwirrt. Harte, verbesserte ich bitter. Warum trägt sie dann jetzt ein Kleid? Sie waren nicht in Wahrheit, meine Leibwächterinnen. Sie trugen diese Kleidung, um nicht allzu viel Aufsehen zu erregen. Sie starb für dich, hörte ich. Die andere, nicht die hier. Ja. Ich dachte, die hier wäre die andere, erklärte er verwirrt und musterte Seraphine genauer. Stimmt, stellte er dann erleichtert fest. Die andere war griffiger, fügte er hinzu und zeichnete mit der freien Hand weibliche Konturen in die Luft. Neben mir begann Seraphine zu husten. Ich habe eben gedacht, dass dir sogar die Toten folgen, Harwald. Das hat mich erschreckt, gab er dann zu und schaute betreten zu Boden. Mich erschreckt nie etwas. Nur die Toten, die erschrecken mich. Das macht nichts. Ich habe Angst vor Ratten. Ich erinnerte mich an eine andere Gelegenheit und vor Spinnen fügte ich hinzu. Er schüttelte den Kopf. Das ist es nicht. Ich dachte wahrhaftig, einen Moment, du wärst er, erklärte er verlegen. Ich weiß jetzt, dass das dumm war. Wer? Der Mann aus dem Lied. Welchem Lied? Er ist der Mann, der niemals starb. Die Toten folgen ihm auch aus dem Grab. Wie? fragte ich verblüfft. Ein Vers aus dem Lied der Toten. Ich bin so froh, dass du nicht er bist, erklärte er mir erleichtert. Abgesehen davon bist du etwas klein für einen Helden. Er tat einen Schritt auf mich zu, als wolle er mich wieder umarmen. Ich trat hastig zurück. Seraphines Schultern begann zu beben und sie hustete erneut. Ich seufzte. Ist dieses Lied der Toten zufällig eine Weissagung? Er nickte energisch. Ja, und ein Heldenlied, das so alt ist wie die Welt. Es handelt. Ich hob die Hand. Ich will nichts weiter hören. Er schaute von mir zu Seraphine. Was hat er? Ist die Sonne zu heiß für ihn? Seraphine hatte mittlerweile Atembeschwerden und hielt sich verzweifelt die Hand vor den Mund. Doch ihre Augen funkelten verräterisch. Was ist? fragte Angus misstrauisch und stutzte dann. Wo ist eigentlich mein Pferd? Seraphine drehte sich um und entfernte sich mit schnellen Schritten. Angus, sagte ich und führte ihn an die Reling, dorthin, wo wir aus dem Weg waren. Nun, es tut mir leid, aber euer Pferd ein neuer Freund. So erheiternd war es nicht, beschwerte ich mich leise bei Seraphine, als ich mir vorsichtig einen Weg zu meiner Bettrolle suchte. Die Kabine war recht groß für ein Schiff, dennoch war der Platz begrenzt. Jemand hatte meine Bettrolle zwischen Leandra und Seraphine ausgebreitet. Dein Gesicht war es schon, meinte Seraphine und lachte leise. Danke, brummte ich. Leandra rollte sich auf die Seite und sah mich vorwurfsvoll an. Ganz offensichtlich war sie noch nicht wieder eingeschlafen. Es ist beachtlich, wie schnell du immer Freunde findest, Harwald, sagte sie und warf einen missbilligenden Blick durch die offene Tür dorthin, wo Angus vor unserem anderen Passagier stand und sie anstarrte. Aber müssen sie uns überall hinfolgen? sie verdrehte die Augen. Und warum stinkt er so? Baden Nordmänner nicht? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt, sagte ich und legte mich nieder. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Passagiere aufnehmen wollen, beschwerte sie sich. Als wäre es meine Schuld, dass er uns nachgeritten war. Habt ihr nicht gehört, was er sagte? kicherte Seraphine. Er ist unser neuer Steuermann. Ich stützte mich auf einen Arm auf und sah erst nach links, dann nach rechts. Können wir das später abhandeln? Das werden wir, drohte Leandra und Seraphine kicherte erneut. Ich zog die aufgerollte Decke, die mir als Kopfkissen diente, näher heran und versuchte sie in Form zu bringen. Wenn er bleiben will, muss er baden, entschied Leandra. Kann ich jetzt schlafen, bitte? Tu das, meinte sie. Mich hat er geweckt, weißt du? Und er stinkt. Alle Menschen stinken, stellte Zokora aus ihrer Ecke fest, ohne die Augen zu öffnen. Sie reden auch zu viel? Ich seufzte. Deral hatte uns versprochen, dass wir Askia in etwas weniger als vier Wochen erreichen würden. Damals erschien mir das als schnell. Ich hatte mich wohl getäuscht. Wir waren noch keine drei Kerzen unterwegs und es kam mir bereits jetzt vor wie eine Ewigkeit. Als ich die Augen schloss, sah ich Natalias Gesicht vor mir. Doch es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Sie lächelte und schien über etwas erheitert. Ich rollte mich auf die Seite und schlief. Jemand rüttelte an meiner Schulter. Es war Leandra. Harwald, rief sie, wach auf, es gibt Probleme. Irgendein Traumfetzen zog an mir vorbei. Ein letzter Rest von Furcht und Panik. Ich war schweißgebadet, als ich mich auf der zerwühlten Bettstadt aufrichtete. Ich hatte nicht oft Albträume, aber was auch immer das für einer gewesen war, ich war froh, dass ich ihn jetzt schon wieder vergessen hatte. Irgendein dunkler Ort und ein drohendes Unheil. Ich schüttelte den Kopf wie ein nasser Hund und sah hoch zu Leandra. Dem Licht nach hatte ich den größten Teil des Nachmittags verschlafen. Die Abendröte war bereits angebrochen. Was ist los? fragte ich, während ich nach Seelenreißer griff. Dein Freund, teilte sie mir verärgert mit. Er besteht darauf, dass Deral anlegt, weil er jagen will. Was will er? fragte ich verblüfft. Jagen! Aber wieso? Wir hatten mehr als genügend Vorräte dabei. Zur Zeit war das Mondlicht hell genug, um auch des Nachts weiterzufahren. Deral hatte mir versichert, dass es keine Probleme geben würde, solange wir uns in der Fahrrinne hielten und es nicht zu eilig hatten. Das frag ihn doch besser selbst, meinte sie gereizt und fuhr sich mit der Hand über das kurze Haar. Er droht jedenfalls damit über Bord zu springen, wenn wir nicht ans Ufer fahren. Sie warf einen funkelten Blick zum Vorschiff, wo sich Angus mit unserem Kapitän stritt. Wenn er vom Schiff springen will, werde ich ihn gewiss nicht daran hindern. Wenigstens droht er nicht damit Deral über Bord zu werfen, sagte ich und kratzte mich am Hinterkopf. Läuse, verdammte Götterverfluchte Läuse. Wie auch immer, er ist dein Freund, also sorge du auch dafür, dass er keinen Ärger macht und dass er badet. Sie verzog das Gesicht. Die Läuse haben wir wahrscheinlich auch ihm zu verdanken. Ich hoffe nicht. Kannst du etwas dagegen tun? fragte ich und kratzte weiter. Ja, seufzte sie. Ich muss nur an meine Kiste und die ist im Laderaum. Sie kratzte sich ebenfalls. Wir haben schon so lange keine Probleme mit dem Ungeziefer gehabt, dass ich vergessen habe, das Schwefelpulver aus der Kiste zu holen, bevor ich sie zum Schiff bringen ließ. Ich habe der halt schon die Anweisung erteilt, den Weg zur Kiste freizumachen. Wie viel Schwefel brauchst du? fragte Zucora vom Eingang her. Eine Fingerspitze voll. Zucora ging zu ihrem Packen, öffnete ihn, griff hinein, zog einen kleinen Lederbeutel heraus und warf ihn Leandra zu. Dann wandte sie sich an mich. Lass ihn jagen, Harwald. Er braucht es. Warum braucht er es? fragte Leandra. Weil es so ist, antwortete Zucora und ohne ein weiteres Wort ging sie davon. Ich kratzte mich noch einmal hingebungsvoll und warf Leandra einen fragenden Blick zu. Sie seufzte und nickte dann. Etwas Zeit haben wir noch. Ich stand auf. Brauchst lange? fragte ich. Halt still! befahl sie und schnippte mir etwas Staub entgegen. Ein rötlich-braunes Leuchten flammte auf und umhüllte mich. Für einen Moment kribbelte es schrecklich und mein Kopf pochte, als wollte er platzen. Dann war es vorbei. Es stank nach Schwefel und mir brannten die Augen. Ein kleiner Preis dafür, von den Plagegeistern befreit zu sein. Das war es? fragte ich erstaunt. Ja, ich muss es nur mit der ganzen Kabine und den anderen wiederholen. Sie wies mit dem Finger auf die Tür. Kümmere du dich um Angus, ich kümmere mich um die Läuse. Das ist mir lieber. Deral warf einen funkelnden Blick auf Angus, der breitbeinig und trotzig neben ihm stand. Es ist eine schlechte Idee, Seri, teilte er mir mit. Wenigstens jetzt. Er soll noch eine oder zwei Kerzen warten. Warum? fragte ich. Ich blickte zum Ufer und sah keinen Grund, warum wir nicht anlegen sollten. Die Gegend, antwortete er. Es gibt hier zu viele Gesetzeslose. Sie haben irgendwo in der Nähe ein Lager. Hier anzulegen beschwört den Ärger nur herauf. Er schaute zu Angus hinüber und schnaubte. Nordmann, es wäre einfacher für euch, wenn ihr euch von einem Flussdrachen fressen lasst. Die Drachen machen es wenigstens kurz. Die Leute hier in der Gegend stehen in dem Ruf, ihre Opfer zu foltern. Angus knurrte tief in der Kehle. Ich habe keine Wahl, sagte er. Von mir aus könnt ihr weiter fahren. Ich werde euch bei Sonnenaufgang eingeholt haben. Das bezweifelte ich. Selbst es nachts mit dem Segel gerade so weit gerafft, dass das Ruder griff, trieb die Strömung die Lanze recht schnell vor sich her. Ein Mann zu Fuß würde Schwierigkeiten haben, uns einzuholen. Angus begann ich. Könnt ihr nicht? Er unterbrach mich. Nein, ich muss an Land. Er rieb sich die Arme, als ob ihm kalt wäre. Es war nicht so gedacht, Harald, aber ich habe es wohl zu lange hinaus geschoben. Er sah meinen fragenden Blick und schüttelte den Kopf. Es geht dich nichts an. Dann machen wir es genau so, sagte ich und gab mir wenig Mühe, meine Verärgerung zu verbergen. Wir legen an, hier geht ein Land und wir fahren weiter. Wir sehen uns dann morgen früh. Er nickte und griff nach seiner Axt. Zu meiner Verblüffung reichte er sie mir. Was bis morgen auf sie auf, ja, sagte er. Der rief schon Anweisungen zum Steuermann hoch und langsam verließ die Lanze die Flussmitte, um sich dem Ufer zu nähern. Passt auf euch auf, begann ich, doch Angus war bereits auf die Reling gesprungen und von dort aus ans Ufer. Ein überraschend weiter Sprung, der dennoch mühelos aussah. Er sah zu mir zurück, winkte kurz und rannte davon. Der Schaute ihm nach, schüttelte den Kopf und befahl Ich betrachtete Angus Axt. Warum hatte er sie dagelassen? Andererseits eigneten sich Äxte nicht besonders zur Jagd. Ich trug sie in die Kabine und legte sie neben dem Eingang auf den Boden. Dein Freund ist ein seltsamer Kauz, sagte Leandra, die mir stirnrunzelnd dabei zugesehen hatte. Wir sind wohl alle etwas seltsam, antwortete ich und wies auf zu Cora, die sich unserer schweigsamen Passagierin niedergelassen hatte und sie nun unverwandt anstarrte. Ich musterte die Fremde. Hat sie sich in der Zwischenzeit bewegt? Leandra schüttelte den Kopf. Wenn sie nicht atmen würde, würde ich denken, sie wäre tot. Sie trat neben mich und lehnte sich an mich. Ich hatte gehofft, auf unserer Fahrt etwas Ruhe zu haben. Etwas mehr sprach sie leise. Ich weiß nicht, was es ist, aber Angus reizt meine Geduld, wenn ich ihn nur sehe. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig, stimmte ich ihr zu und zog sie an mich. Er ist auch nicht mein Freund. Ich kenne ihn kaum besser als du. Aber er hat mir geholfen und euch gewarnt, als ich gefangen genommen wurde. Das rechne ich ihm an. Ich wies mit meinem Blick auf unseren stillen Gast. Hast du Deral gefragt, wieso er sie an Bord gelassen hat? Ja, antwortete sie. Sie hat ein goldenes Siegel dabei. Deral sagt, dass er noch nie eines von ihnen gesehen, aber davon gehört hat. Es bringt Unglück, wenn man so jemanden zurückweist. Er sagt, es sei Tradition, solche Leute an Bord zu nehmen und keine Fragen zu stellen. Außerdem zahlt sie gut. Und wer ist sie? Die Kriegerin eines mystischen Ordens aus einem fernen Reich. Eine Tochter des Drachens. Was auch immer das zu bedeuten hat. Sie blickte zu unserem Kapitän hinüber. Er zumindest schien beeindruckt. Ein mystischer Orden? Ist sie eine Maestra oder etwas ähnliches? Ich glaube nicht, antwortete Leandra. Zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen. Mein Magen grollte wie ein Bär. Mir soll es recht sein, seufzte ich. Solange sie da sitzt und niemanden stört, ich habe Hunger. Wir haben geknobelt, wer kocht, erklärte sie mir mit einem breiten Grinsen. Du hast verloren. Ich war doch gar nicht dabei, beschwerte ich mich. Eben, sie lachte leise und gab mir einen federleichten Kuss. Deshalb hast du ja auch verloren. ein Topf befestigt war. Unter diesem hing eine Kohleschale. Viel mehr war es nicht. Als ich dort ankam, war die Glut bereits zum größten Teil verglüht. Leandra hatte mich wohl gefoppt. Tatsächlich war es Serafine gewesen, die sich erbarmt hatte, uns zu versorgen und uns einen Eintopf zu kochen. Von dem füllte sie mir jetzt eine Schüssel und gab mir einen Es ist gerade genug für dich übrig. In der letzten Zeit war ich verwöhnt worden. In unserem Haus in Gazalabat hatte zuerst Sieglinde gekocht, später Afala. Letztere hatte immer gern und reichlich gewürzt. Serafine hielt es nicht viel anders. Ich nahm die Schüssel und den Holzlöffel mit einem dankbaren Nicken entgegen und lehnte mich gegen eine Wand. Ich war groß genug, um meine Arme auf die niedrigen Wände auflegen zu können. Ein Wind, lau und stetig, kam von Achtern und jetzt, da die Sonne unterging, ließ die Hitze des Tages nach. Zu Pferd hätten wir Aski vielleicht auch in vier Wochen erreicht, aber es wäre weitaus weniger angenehm gewesen und, wie Armin uns versichert hatte, weitaus gefährlicher. Ich mag Schiffsreisen, teilte ich Serafine mit, die Sand auf die Glut warf und dann den schweren Topf mit zwei Lappen ergriff, um ihn von der Feuerstelle zu nehmen. Ich aß etwas und zog hart die Luft ein, nicht weil der Eintopf so heiß war, sondern wegen der scharfen Gewürze. Hastig aß ich ein Stück Brot. Ich auch, meinte sie. Ich war lange genug Soldat, um es zu genießen, wenn ich nicht marschieren muss. Braucht ihr Hilfe? fragte ich, als sie anfing, den Topf zu reinigen und mit Sand auszuscheuern. Nach dem ersten Bissen Brot verlor sich die Schärfe etwas. Ich wusste es zudem besser, als mich zu beschweren. Sie schüttelte lachend den Kopf. Wohl kaum. Wenn mich Helis Erinnerungen nicht täuschen, seid ihr wahrlich nicht der Am Ende geht der Topf noch kaputt. Er ist aus Eisen, meinte ich, und sie lachte. Vielleicht ist er sicher vor euch, vielleicht auch nicht, aber ich bin fast fertig. Nun gut, in einem habt ihr recht. Töpfel scheuern gehört nicht zu meinen Talenten, gab ich zu. In der Ferne heulte ein Wolf. Serafine sah überrascht auf. Was ist, fragte ich und aß weiter. Es gibt hier keine Wölfe, erklärte sie. Hyänen und anderes, aber keine Wölfe. Wieder ertönte das Geheul. Jetzt scheint es einen zu geben, sagte ich, und wir lauschten zusammen in die Nacht. Doch das Geheul wiederholte sich nicht. Wie geht es euch? fragte sie etwas später. Wie soll es mir gehen? gab ich zurück. Ich bedauere die Dinge, die ich nicht getan habe. Als ich blind war, führte sie mich. Es brachte uns einander näher. Ich habe mich nie bedankt. Ich ließ den Löffel sinken und betrachtete über ihre Schulter hinweg den Sonnenuntergang. Hier kam es mir vor, als ob die Sonne schneller sinken würde als in unserer Heimat. Hinter mir war der Himmel bereits dunkel. Vor mir glühte er im Abendrot. Auf einem fernen Hügel sah ich den Schattenriss einer Karawane. Ein schönes Bild und ein friedliches. Ich hatte selten genug die Muße, dem Sonnenuntergang zuzusehen. Ich wischte meine Schüssel mit dem Brot aus und reichte sie ihr zurück. Wie sollte es mir schon gehen? Ich sagte mir wieder und wieder, dass ich sie nicht hatte aufhalten können, als sie sich ins Schwert stürzte. Es half nicht viel. Ich hatte Übung darin, solche Dinge zu vergessen und diejenigen aus meinen Gedanken zu verbannen, die gestorben waren. Es war oft genug geschehen. Aber diesmal? Diesmal hatte ich Schwierigkeiten zu vergessen. Gestern zur gleichen Zeit hatte sie noch gelebt. Immer wieder ertappte ich mich dabei, Ausschau zu halten nach ihr, als ob sie hier sein müsste. Sie war es nicht und mir fiel es schwer, das zu akzeptieren. Manche Dinge brauchen nicht ausgesprochen zu werden, erklärte Serafine leise und rieb die Schüssel mit Sand ab, bevor sie sie sorgfältig in einem Holzgestell verstaute. Sie sah sich um, nickte, als sie sah, dass alles so war, wie es sein sollte und öffnete die niedrige Tür. Es reicht, wenn man es weiß. Sie schenkte mir ein schnelles Lächeln und ging davon in Richtung Achterdeck, wo sich Leandra gerade mit Varos unterhielt. Ich schloss die Tür hinter mir und hängte den Haken ein, bevor ich ihr folgte. Vielleicht hatte ja jemand Lust, eine Partie Scha zu spielen. Borons Gericht Ihr seid hinter überhältig? bemerkte Serafine, als ich meinen Herold in Position brachte. Leandra schaute irritiert auf. Gibt es nicht für Zuschauer eine Regel, ihren Rat für sich zu behalten? fragte sie ungehalten. Eine feine Falte entstand auf ihrer glatten Stirn, als sie das Brett sorgfältiger studierte. Ich lehnte mich an eine große eisenbeschlagene Kiste, die hier an Deck festgeschraubt war, und stopfte meine Pfeife. Wir saßen vor der Kabine auf dem Deck, unserer Passagierin gegenüber, die wohl auch auf Schlaf verzichten konnte. Ich fragte mich allmählich, ob sie so verharren wollte, bis wir Askir erreichten. Leandra saß mir gegenüber, das Brett zwischen uns. Serafine hatte es sich seitlich bequem gemacht. Zucora saß etwas abseits, wo Varosch ihr hingebungsvoll den Nacken massierte. Sie das Spiel überraschend aufmerksam. Immer wieder bemerkte ich, wie ihr Blick von dem Brett zu mir und zurück wanderte. Etwas schien ihr nicht zu behagen. Ich hingegen befand mich in einer seltsamen Stimmung. Das Schiff fuhr mit fast vollständig gerafften Segeln flussabwärts und besaß gerade genug Fahrt, um das Ruder greifen zu lassen. Der Rahl befand sich vorn am Bug und rief ab und zu etwas mit leiser Stimme nach hinten. Es hatte etwas Beruhigendes an sich, diese regelmäßigen Rufe zu vernehmen. Unter und neben mir gluckerte das Wasser des Gazar und über uns spannte sich Soltars Tuch in einer sternenklaren Nacht. So weit waren wir von unserer Heimat entfernt, dass die Bilder des Himmels sich anders anordneten, als ich es gewohnt war. Nur Astates Schleier zog sich wie gewohnt als schimmernder Streif über das Firmament. Ich mochte es, Leandra zuzusehen, wie sie überlegte. Ihr Gesicht verriet mir meist jeden ihrer Gedanken, ab und an biss sie sich leicht auf die Lippe oder gab leise Geräusche von sich. Ohne Zweifel war sie eine Kämpfernatur und gab niemals auf, bevor nicht der letzte Stein vom Feld war. Außerdem hatte sich ihr Spiel verändert. Sie ging nicht mehr auf jede Finte ein und prüfte sorgfältig jeden Zug. Einmal hatte ich sie gewinnen lassen, dafür hatte sie mich zur Rede gestellt und abgekanzelt. Jetzt hob sie die Hand und berührte fast ihre Festung, bevor sie die Hand doch wieder zurückzog und das Schlachtfeld einer neuen Prüfung unterzog. Dann seufzte sie und schaute zu Serafine. Was übersehe ich? seiner Pfeife und wartete. Er lockt dich. Er lässt dich denken, er habe übersehen, dass seine linke Festung in zwei Zügen freistehen wird. Wenn du seiner Einladung folgst, wird es aussehen, als decke er seinen Herold und vergesse dabei die Festung. Dort aber lauert bereits sein Priester. Er wird zuschlagen, deine Festung nehmen und dabei seinem König eine Blöße geben. Ein wie es scheint. Dann will er, dass du den König bedrohst und opfert dafür seinen rechten Herold. Dann bedroht er dich mit der Königin. Du rettest den König hinter deine Festung und sein linker Herold wird dich meucheln. Leandra sah mit zusammengekniffenen Augen auf das Brett herab. Darf ich? fragte sie. Ich nickte zustimmend. Sie zog ihre Festung und die anderen Züge nach, die Serafine benannt hatte und jedes Mal studierte sie das Brett zuvor sorgfältig. Ich sehe es jetzt. Die Festung fällt, der König steht frei, sein Herold droht, ich weiche zurück und seine Königin kommt über die Schräge und nimmt meinen König gefangen. Sie zog eine Augenbraue hoch. Das ist wahrlich perfide. Sie bemerkte meinen Blick. Hinterhältig, gemein. Wenn ich mit meiner Festung ziehe, zwingst du mir jeden weiteren Zug auf. Im Hintergrund lachte Varosch leise. Dabei hat er sich selbst erst kürzlich über solch eine Taktik beschwert. Das ist nicht das gleiche, widersprach ich, doch er grinste nur. Sie stellte die Figuren zurück und sah mich fragend an. Du bist noch immer am Zug, sagte ich. Ich spürte weiterhin Seraphines Blick auf mir Lasten und blickte fragend zu ihr. Djerbil Djerbil war in vielen Dingen großartig, sprach sie. Aber er besaß kein Verständnis für die Strategie. Er war nur mäßig im Schar. Mir schien, als wäre das noch nicht alles, was ihr auf dem Herzen lag, also wartete ich, während Leandra nunmehr mit ihrem Herold liebäugelte. Ein Zug, der vielleicht Erfolg versprach. Wo hast du so zu spielen gelernt? fragte Seraphine. Im Tempel des Solta. Es gab einen Priester dort, der keine Gelegenheit ausließ, mich im Schar zu demütigen. Wir spielten fast jeden Abend. Wie lange? Ein paar Jahre. Wie lange dauerte es, bis du das erste Mal gegen ihn gewonnen hast? fragte sie nachdenklich. Ich kenne mich aus mit dem Spiel und du bist mehr als nur gut darin. Ich habe nie gewonnen, teilte ich ihr mit, und Leandra sah auf, stutzte und lachte dann. Und du wirfst mir Sturheit vor? Nun, nur weil ich selbst stur bin, bedeutet das nicht, dass du es nicht auch bist, gab ich zurück und die anderen lachten. Sogar zu Cora, die sich das ganze stumm angesehen hatte, schien erheitert. Dann musste auch ich schmunzeln, woraufhin Leandra mich so empört ansah, dass ich auch nicht anders Ich hoffte, dass das eben mehr als ein Traum gewesen war und irgendwo auch Natalia gerade lächelte. Ein Ruf ertönte vom Ausguck auf dem Mast. Ich schaute hoch. Der Mann war nur als Schattenriss zu erkennen, doch er wies nach Westen, grob in Fahrtrichtung. Von vorn bellte Deral ein Kommando und die Lanze des Ruhms erwachte. Der Seemann, der eben noch Träger auf einer Taurolle gedöst hatte, sprang auf und rannte nach hinten. Von unten kam das Geräusch strampelnder Füße, als der Rest der Besatzung an Deck stürmte. Auch wir sprangen auf. Ich sammelte hastig die Figuren und das Brett ein, während sich der erste Mat der Lanze an dem schweren Schloss der Kiste zu schaffen machte, an der ich eben noch gelehnt hatte. Der Deckel wurde zurückgeworfen und gab den Blick auf schwere Entermesser, Haken, Dolche und Netze frei, sowie gut ein halbes Dutzend Armbrüste. Es bedurfte keiner großen Erklärungen, um auch uns nach unseren Waffen sehen zu lassen. Ich löfte meine Pfeife, steckte sie ein und griff Seelenreißer, während ich versuchte zu erkennen, auf welchen Kampf sich Deral vorbereitete. Im nächsten Moment sah ich auch schon den flackernden orange-roten Schein, der hinter einem Hügel den Himmel erhellte. Irgendwo davon brannte etwas und selbst auf die Entfernung waren Schreie zu hören. In der Nacht sah vieles anders aus als am Tage, doch meinte ich plötzlich etwas wiederzuerkennen. Aber Varosch war schneller. Das Lager der Sklavenhändler. Er hatte Recht. Dies war der Ort, an dem wir vor Sklaverei befreit hatten. Kurz danach war den Sklavenhändlern ein Unheil widerfahren. Jemand oder etwas hatte sie angegriffen. Als wir nachgesehen hatten, hatten wir nur die Spuren eines ungleichen Kampfes gefunden. Den Sklaven in ihren Käfigen war nichts geschehen, nur die Sklavenhändler waren spurlos verschwunden. Entweder waren sie zurückgekehrt oder andere ihrer Zunft hatten das Lager übernommen. Ein derber Fehler, wie sich nun zeigte. Vor uns tauchte ein dunkles Schiff auf, das dort am Ufer nahe dem Lager festgemacht hatte. Schatten bewegten sich, hier und da spiegelte sich der Schein des Feuers auf polierten Helmen und Rüstungen. Deral atmete erleichtert auf und ließ seine Waffe eine Armbrust sinken. Es sind Soldaten. Sie haben die Sklavenhändler angegriffen, informierte er uns überflüssiger Weise. Dort hinten auf einem kleinen Hügel saßen drei Soldaten auf ihren Pferden, wohl Offiziere, die den Angriff verfolgten. Einer von ihnen trug eine Standarte, aber es war zu dunkel, um zu erkennen, welche. Es ist dieser Hauptmann Kemal, verkündete Zucora gelassen. Einer der Hauptleute der Palastgarde. Die beiden Männer tragen die Roben der Priesterschaft des Boron. Einer von ihnen ist sogar gerüstet und bewaffnet. Ich vergaß immer wieder, wie gut Zucora im Dunkeln sehen konnte. Es scheint, als habe Mariné etwas dagegen, dass das Lager weiter besteht, meinte Varosch, der das Geschehen mit leuchtenden Augen verfolgte. Er war ein Anhänger Borons, dem Gott, der für Gerechtigkeit einstand. Und zu sehen, wie Soldaten der goldenen Stadtnachweisung von Borons Priesterschaft dem Sklavenhandel Einhalt geboten, erfüllte ihn mit tiefer Genugtuung. Sklavenhandel war in Gazalabad noch erlaubt gewesen, wenn auch unter größeren Einschränkungen als in den anderen Emiraten des Landes. Offenbar hatte sich das jetzt geändert, nachdem Prinzessin Mariné am eigenen Leib erfahren hatte, was Sklaverei bedeutete. Kürzlich erst hatte die Prinzessin im Tempel des Boron Anklage erhoben und unter göttlichem Eid von ihrem Leidensweg berichtet. Hauptsächlich galt ihre Anklage den Häusern der Verschwörer. Offenbar hatte sie aber auch genug über die Sklavenhändler zu sagen gehabt. Eseri, meinte Deral mit einer leichten Verbeugung. Verzeiht den falschen Alarm, aber hier in der Gegend muss man wachsam sein. Es gibt wenig zu vergeben, entgegnete Leandra. Ich wollte, jeder Alarm würde sich als so harmlos erweisen. Langsam fuhr die Lanze weiter. Bald waren wir nahe genug, um eine Reihe dunkel gekleideter Sklavenhändler vor ihren brennenden Zelten knien zu sehen. Hinter jedem der Unglücklichen nahm gerade ein Soldat mit gezogenem Schwert Aufstellung, während der Priester des Boron vortrat. Wir sahen nicht, was dann geschah. Ein Hügel schob sich zwischen uns und das Lager, aber ich konnte es mir denken. Sklaverei ist abscheulich, sagte Leandra bitter. Auch sie hatte sich in Gefangenschaft dieser Leute befunden. Es ist mir unverständlich, warum erst jetzt gegen sie vorgegangen wird. Das kann ich euch erklären, Esera, sagte Deral mit einer tiefen Vorbeugung. Der Sklavenhandel ist ein äußerst gewinnbringendes Geschäft. Und mehr als ein Haus nahm Anteil daran. Gegen die Sklavenhändler vorzugehen, hätte die Interessen dieser Häuser zutiefst geschädigt und zu politischen Spannungen geführt. Und jetzt? Deral erlaubte sich ein leises Lächeln. Das Haus des Turms und das Haus der Schlange profitieren von dem Handel am meisten, erklärte er. Im Moment allerdings sind sie wohl kaum in der Position Protest einzulegen. Möge Boron den armen Seelen Gerechtigkeit und den unschuldigen Gnade schenken, intonierte Varos leise. So sei es, entgegneten Leandra und Seraphine gemeinsam mit Deral. Ich sagte nichts dazu. Zur Zeit war ich von der Gnade der Götter nicht sonderlich überzeugt. Hinter uns verblasste der Feuerschein allmählich. Ich stand am Heck und grübelte. Wir hatten mehr als einen Hinweis darauf gefunden, dass die Sklavenhändler eng mit den Machenschaften der Diener des namenlosen Gottes verbunden waren, auch Hinweise darauf, dass höher gestellte Personen von Rang und Namen in Gazalabat darin verwickelt waren. Schon vor der heutigen Nacht waren die Soldaten der Goldenen Stadt gegen Sklavenhändler vorgegangen, die nicht die strengen Auflagen erfüllt hatten. Selten war ein solches Vorgehen von Erfolg gekrönt gewesen, denn oft genug hatte jemand die Gegner bereits gewarnt. Jetzt fragte ich mich, wie viele dieser hohen Persönlichkeiten gestern Nacht im Tempel des Namenlosen ersoffen waren. Offenbar genügend, dass die Sklavenhändler diesmal keine Warnung erhalten hatten. Als die Morgendämmerung anbrach, war ich sicher nicht der Einzige, der überrascht davon war, Angus Wolfsbruder am Ufer stehen zu sehen. Schon auf die Entfernung war zu erkennen, dass er eine ereignisreiche Nacht hinter sich gebracht hatte. Die Reste seiner Lederhosen hingen in Fetzen herab und er war über und über verdreckt, mit Blut beschmiert und zerkratzt. Deral warf einen Blick zu Leandra hinüber, die mit mir und den anderen gerade auf dem Achterdeck unser Frühstück zu sich nahm. Leandra schaute nach vorn, wo der Nordmann am Ufer stand, seufzte fast unhörbar und nickte unserem Kapitän zu. Wie zuvor wartete der Nordmann nicht lange, sondern warf sich in die braunen Fluten des Gazar und schwamm mit erstaunlicher Geschwindigkeit zu uns herüber, um sich dann geschmeidig die Bordwand hinaufzuziehen. Dort blieb er tropfend stehen, sah in die braunen Wasser hinab und lachte laut. Einer der Flussdrachen drehte dort gerade ab, enttäuscht, dass ihm die schmackhafte Beute entgangen war. Du bist wahnsinnig, weißt du das? sprach ich ihn an, als er herankam und sich wie ein nasser Hund schüttelte. Nur ein wenig, er grinste breit. Es fühlt sich gut an zu leben, rief er und lachte laut. Es schien allerbester Laune, fast schon aufgekratzt. Ich kannte das Gefühl von manchen Schlachten, aber meiner Erfahrung nach hielt es meist nicht sehr lange an. Er sah auch aus, als käme er aus einer Schlacht. Aus der Nähe waren seine ledernen Hosen noch zerstörter, als es zuvor den Anschein gehabt hatte. Es kam mir vor, als habe er in einem Dornengestrüpp mit einem Flussdrachen gerungen. Einen Vorteil hatte sein Bart im Gazah allerdings. Er roch nicht annähernd so streng wie zuvor. Angus, begann ich, wenn du an Bord bleiben willst, musst du dich an unsere Regeln halten. Und welche wären das? fragte er, während er seinen Bart Wenn du mir noch einmal in den Tee tropfst, meinte Zocora trocken, dann schneide ich dir deinen Bart ab. Nimm das als die erste Regel. Der Nordmann sah sie verblüfft an. Ha! rief er dann. Du gefällst mir! Er zwinkerte mir zu. Gehört sie auch dir oder ist sie noch zu haben? Oha! Er verstummte und sah nach unten. Wir auf einer Decke ausgebreitet und nahmen unser Frühstück auf einem niedrigen Tisch ein, der zwischen uns stand. Ich war als einziger aufgestanden. Die anderen, auch Zocora, waren sitzen geblieben, als er an die Decke herangetreten war. Angus stand neben Zocora, die mit der einen Hand ihre Tasse hielt, und mit der anderen einen langen Dolch, der mit seinem schärfsten Punkt nun zwischen den Beinen des Nordmanns zufällig seine Armbrust bei der Hand. Es war sicher Absicht, dass der aufgelegte Bolzen auf die gleiche Stelle zielte wie Zocoras Messer. Das ist dann wohl meine Antwort, hm? fragte Angus vorsichtig. Ich denke schon, sagte ich schmunzelnd, als der Nordmann sorgsam einen Schritt zurück trat und Zocoras Dolch so schnell wieder verschwand, als hätte sie Magie verwendet. Leandra musterte ihn hoheitsvoll. Die Regeln Nordmann lauten wie folgt. Ihr werdet einmal am Tag baden, davon Abstand nehmen, euch mit Fett einzuschmieren und ihr werdet euch angemessen und sauber kleiden. Andernfalls steht es euch frei, zu Fuß nach Asgier zu gehen. Sie warf einen zweifelnden Blick auf Angus nackte Füße und verzog das Gesicht. Allein um meine Augen nicht zu beleidigen, wäre es angebracht, wenn ihr auch Schuhwerk verwenden würdet. Es schaute sie an, dann Serafine, die grinste, dann Varos und Zucora, die ihm keine weitere Beachtung schenkte und nur in Ruhe ihren Tee trank. Zu guter Letzt dann mich, speziell auf meine Füße, die in neuen, gut gepflegten Stiefeln steckten. Dann musterte er meine sauberen Gewänder, mein Haar, das ja erst kürzlich Es ist manchmal von Vorteil Einsicht zu zeigen, riet ich ihm. Es gibt Schlachten, die kann man nicht gewinnen. Wie ihr meint, sagte er und deutete eine Verbeugung gegenüber den Seras an. Wenn Haarwald unter euer Fuchtel leben kann, dann kann ich das auch. Nur eines wird nicht angetastet, mein Bart. Ich werde mich nicht rasieren. Solange ihr ihn gepflegt haltet und ihn nicht einfettet, könnt ihr das Gestrüpp behalten, teilte Leandra ihm betont unbeteiligt mit. Wendet euch an Deral. Er soll schauen, ob er euch ausstatten kann. Doch der stämmige Kapitän, der das Ganze verfolgt hatte, schüttelte nur den Kopf. Ich habe nichts für jemanden seiner Größe. Ich seufzte. Komm, Angus, sagte ich, Armin hat mir eine Kiste packen lassen. Vielleicht findet sich darin etwas, das dir passt. So einfach war das allerdings nicht, denn auch diese Kiste war im Laderaum verstaut und musste erst mühsam freigeräumt werden. Armin hatte offenbar seine eigenen Vorstellungen, was ein Edelmann als Reisegepäck so brauchte. Die Kiste war groß genug, um mir als Bett zu dienen und bis in den letzten Winkel vollgestopft. Es fanden sich allein drei paar nagelneue Stiefel, die ich zuvor nicht einmal gesehen hatte. Und darunter versteckt eine Ebenholzkiste, gut eine Elle lang und zwei Handbreit hoch und tief. Darin ordentlich in Säcke gepackt, goldene Münzen mit dem Wappengasalabatz und dem Antlitz Feilitz. Sie mussten frisch aus der Münze des Emirats stammen, denn sie waren gewiss noch nicht im Umlauf. Auf den Säcken mit den Münzen befand sich eine Mappe mit gut einem Dutzend Schriftstücken darin, deren Erstellung einen Schreiber bestimmt einen Tag gekostet hatte, denn jeder einzelne Buchstabe war sorgfältig mit Blattgold umfasst. Während Angus sich ankleidete, zeigte ich die Schriftstücke schweigend den anderen. Jeweils eines war auch für Leandra und Serafine verfasst worden, doch gleich drei bezogen sich auf einen gewissen Harwald Bay. Sowohl Leandra als auch Serafine waren mit Ländereien bedacht worden, die ihnen bis an ihr Lebensende zur Verfügung standen. Ich hingegen war nun nicht nur Herrscher über eine kleine Stadt im Osten Gazalabatz, sondern bekleidete auch den Rang eines Handelsherrn und Beraters der Emira. Ein dem des verstorbenen Emirs, Phaelitz Vater, dem Siegel der Serafala, der Großmutter Phaelitz, von Phaelitz selbst, ihrer Schwester Mariné und auch von Armin. Ein letztes Siegel stammte vom Verfasser des Schriftstücks, Hamed, dem Hüter des Protokolls. Es enthielt auch eine Anweisung an die Palastwachen. Dem Träger dieses Schreibens, sofern er der darauf enthaltenen Beschreibung entsprach, war sofort Einlass in den Palast zu gewähren und zugleich sollte der Hüter des Protokolls unterrichtet werden. Nun, sagte Leandra leise und reichte mir das Schriftstück zurück. Das ist ein großzügiger Ausdruck der Dankbarkeit der Emira. Sie sah mit ihren violetten Augen zu mir auf. Harwald Bay aus dem Haus der Rose. Ich denke, es entspricht dem Titel eines Grafen. Bedeutet es euch etwas? fragte Serafine, als ich das Schriftstück an mich nahm und sorgfältig wieder in seiner ledernen Mappe verstaute. Ja, antwortete ich, als Geste. Ich hielt die Mappe in der Hand und wusste nicht so recht wohin damit. Schließlich reichte ich sie wieder an Leandra zurück, die wohl besser wusste, wo sie sicher war. Bessereien ist nicht meine Heimat. Sie wird es auch nicht werden. Auch wenn Natalia gedacht hatte, dass ich hierher gehören würde. Feilitz und Armins Geschenke waren großzügig. Allein durch das Münzgold waren wir nun nicht mehr nur wohlhabend, sondern reich. Doch es war nicht das einzige Gold, das wir besaßen. In einem sicheren Raum in unserem Haus in der goldenen Stadt ruhte noch ein guter Teil des Soldgolds der zweiten Legion. Ich habe nie nach Reichtum gestrebt, sagte ich. Seraphine lächelte und neigte leicht das Haupt. Aber ihr müsst zugeben, dass er von Vorteil ist. Wenn man bedachte, dass ich auf den Planken meines eigenen Schiffes stand, war das wohl kaum abzustreiten. Neue Kleider, Stiefel und ein Bart verwandelten Angus auf erstaunliche Weise. Er war nicht viel größer als ich und die Gewänder Bessereins waren eher weit denn eng geschnitten, also passte ihm die Kleidung, die Armin für einen Fürsten herausgelegt hatte. So sah er nun auch aus. Aus irgendeinem Grund war ich davon ausgegangen, dass er wie ich eher schlichtere Kleider bevorzugen würde, doch weit gefehlt. Neben seinem neuen Glanz verblasste ich und er ist nicht gerecht, beschwerte sich Deral etwas später bei mir mit einem Unterton, der mich an Armin erinnerte. Er sieht aus wie der Fürst und ihr wie sein Diener. Ich warf einen Blick nach vorn zum Bug, wo Angus in seinen neuen Kleidern erhabene Position bezogen hatte. Das Kopftuch verdeckte sein tätowiertes Haupt, seinen Bart hatte er sich hinter den Nacken geflochten. als Nordmann kenntlich machte, abgesehen von seiner Größe und der Axt, auf die er sich stützte. Dieser zweite Tag wurde nicht nur von Angus wundersamer Verwandlung geprägt, sondern auch dadurch, dass sich unsere Passagierin plötzlich regte. Als ob sie nicht einen vollen Tag in der gleichen Position gesessen hätte, erhob sie sich plötzlich und unvermittelt. Einsprung und sie stand mit einem Fuß auf der schmalen Reling, den anderen seitlich angewinkelt, die Hände in ungewöhnlicher Haltung erhoben. Dort führte sie einen langsamen, seltsamen, fremden und anmutigen Tanz auf, zog ihre Finger durch die Luft, schritt nach vorn oder beugte sich wie eine Schaustellerin übers Kreuz nach hinten, bis mir allein schon vom Zusehen der Rücken wehtat. All das tat sie so langsam, dass man genauer hinsehen musste, um zu bemerken, dass sie sich tatsächlich bewegte. Natürlich glotzten wir sie alle an, mit Ausnahme von Zucora, die ihr nach wie vor wenig Beachtung schenkte. Aber da die Bewegungen unseres Gastes in etwa die Geschwindigkeit einer Schnecke besaßen, verlor sich unser Interesse daran bald. Es war nur etwas befremdlich, sie dort auf der Reling stehen zu sehen. Beachtlich war nur, dass sie so sehr das Schiff auch schwankte, niemals das Gleichgewicht verlor. Irgendwann sah ich hin, und sie saß wieder da wie zuvor. Wir tauschten untereinander einen Blick. Es brauchte nicht laut ausgesprochen zu werden, wir waren uns einig, diese Weltensscheibe bot schon einigen seltsamen Menschen Heimat. Ich kannte mal einen Priester, der viel davon hielt, seine Schritte absichtlich langsam zu voll führen, erzählte mir Varausch, während er seine Armbrust reinigte und eine neue Sehne aufzog. Er sagte, es erfrische den Geist, wenn man so bewusst schreitet, dass man des ganzen Vorgangs gewahr wird, wie man die Ferse aufsetzt, wie der Druck sich beim Abrollen des Fußballens verteilt. Er ging immer baren Fußes und trug nie eine Sohle, weil er die Berührung des Bodens mit allen Sinnen genießen wollte. Ich dachte daran, was so alles auf den Straßen einer Stadt herumlag und fragte mich, wie man es genießen konnte, derartiges unter den Füßen zu spüren. Vielleicht ging er aber auch so langsam, um solche Stellen zu vermeiden. Das ergab dann wenigstens einen Sinn. Und? fragte ich mit eher mangelndem Interesse. Varausch schob seine Armbrust an, spähte über sie hinweg und vergewisserte sich, dass der Kreuzbogen sicher und gut saß. Ich war noch jung damals und irgendwie beeindruckte es mich. Allerdings fragte ich mich, ob es ihm wirklich einen Nutzen brachte. Es dauerte eine Zeit, bis er mir auffiel. Der Nutzen, meine ich. Und welcher war das? fragte ich widerwill neugierig. Er wurde nie zu Besorgungen auf den Markt geschickt, noch belästigte man ihn mit dringlichen Arbeiten. Ich schmunzelte. Dann hörte ich ein Schnauben hinter mir. Dort stand Sokora, ihr Gesicht neutral, doch hinter dem Schleier meinte ich ein Funkeln in ihren Augen zu erkennen. Habt ihr eben etwa gelacht? fragte ich erstaunt. Eine fein gezeichnete Augenbraue hob sich. Gab es denn einen Grund dazu? Ja, kann es sagen, gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, Vielen Dank.